Das LKH Murthal mit seinen drei Standorten in Judenburg, Knittelfeld und auf der Stolzalpe betreut seine Patientinnen und Patienten Tag für Tag auf international hohem Spitalsniveau. Mit der Inbetriebnahme des neuen Hochleistungskomputertomographen sowie der Modernisierung der Instrumentensterilisation wurde in eine noch höhere Sicherheit für die Patientinnen und Patienten investiert. Wir haben zwei Projekte umgesetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren. Das Projekt CT Neu hat deswegen den Vorteil, weil wir den CT-Bereich vom Kellergeschoss am Standort Judenburg in das Erdgeschoss gleich neben die Ambulanzen ansiedeln konnten. Und noch dazu in der Nähe des Schockraumes. Das heißt, es verkürzt die bildgebenden Verfahren, die Diagnostik und ist essentiell für den Patienten, warum wir innerhalb kürzester Zeit eine Diagnose haben und die dementsprechenden Interventionen starten lassen können. Und natürlich auch das andere Projekt ist die Aufbereitung für Medizinprodukte, Sterilisation. Die Gerätschaften sind auf topmodernstem Zustand logischerweise, weil es ein Neubau ist. Und wir können jeden Prozess, jeden Prozessschritt im Medizinproduktkreislauf wirklich dokumentiert darstellen. Und jedes Instrument kann dann den Patienten zugebucht werden. In einer 21-monatigen Bauzeit belaufen sich die Gesamtinvestitionskosten auf knapp 4,3 Millionen Euro, die angesichts der bekannt hohen steirischen Wertschöpfung von Kages-Bauten kräftige Impulse auf die heimische Bauwirtschaft auslösen konnten. Es ist tatsächlich heute ein Freudentag für das Unternehmen. Das Unternehmen Kages hat wieder einmal gezeigt, dass mit Ideen der Direktorien zentral etwas erfüllt werden kann. Man muss ein Lob aussprechen. Es ist nicht nur ein neues Gerät, nicht nur eine neue Sterilisation, sondern die Anordnung der Geräte zueinander. CD, Ultraschall neben der Ambulanz und auch in der Nähe des Schockraumes sind wesentliche Punkte, dass man sagen muss, genau so soll heute ein Krankenhaus seine Facilities, wie man das auf Neudeutsch sagt, aufstellen. Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß stattete anlässlich der Eröffnung einen Besuch ab. Frau Landesrätin, wir haben es gehört, große Investitionen auch für die Patientensicherheit. Was muss eigentlich ein modernes Gesundheitswesen im 21. Jahrhundert alles leisten? Die Frage ist, wo fängt man an? Also meiner Meinung nach geht es darum, Patienten und Patientinnen dort zu versorgen, wo sie am besten versorgt sind. Das heißt, da spreche ich vom niedergelassenen Arzt, von der niedergelassenen Ärztin bis in die Krankenhäuser. Best point of service, wie man das so schön nennt. Und hier sehen wir wieder zwei Großinvestitionen in Summe 4,3 Millionen Euro, die noch einmal die Gesundheitsversorgung und die Patientensicherheit verbessern. Sie sind heute das erste Mal hier zu Besuch am LKH Murthal Standort Jungburg. Dieser Verbund, dieser Dreierverbund ist ein Erfolgsmodell, oder? Genau so ist es. Ich bin das erste Mal am Standort Jungburg. Ich durfte die Stolzalpe schon besuchen. Das war allerdings noch vor der Pandemie. Meine Pläne sind ja durch die Pandemie völlig durchgewürfelt worden. Aber ich freue mich, dass ich heute da bin. Erstens einmal, weil wir endlich die Chance nutzen können, in einer Zeit, wo es weniger Infektionen gibt, wieder Standorte zu besuchen. Und zweitens, weil es die großen Investitionen gibt. Natürlich ist dieser Verbund eine Erfolgsgeschichte. Wir haben Spezialisierungen in den Häusern. Die Kooperationen funktionieren wunderbar. Und dem RSG 25 geschuldet gibt es auch immer wieder Erneuerungen. 2021 steht im Zeichen erfolgreicher Projekte und weiterer Investitionen. Ja, es hat an und für sich schon sehr gut gestartet. Wir haben nämlich ein einzigartiges Pilotprojekt, Frauengesundheit Murthal, umgesetzt. Dieses Pilotprojekt und jetzt mittlerweile ein umgesetztes Projekt sorgt dafür, dass die gynecologische Versorgung hier im oberen Murthal sichergestellt ist und wird Gott sei Dank auch sehr positiv von unseren Patientinnen angenommen. Und es gibt auch noch weitere Projekte, wenn ich gleich dabei bleiben darf. Es gab kargesweite Großprojekte, zum Beispiel die Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows und die Einführung der elektronischen Fieberkurve. Beides wurde natürlich auch im LKH Murthal an allen Standorten, nämlich Judenburg, Niedelfeld und Stolzalpe eingeführt und erfolgreich eingeführt. Und wir haben jetzt auch eine Finanzierungszusage für den Neubau unserer Küche am Standort Stolzalpe. Und ab morgen gibt es hier wieder eine Baustelle, weil da wird nämlich auch das Dach saniert. Der Höhepunkt natürlich einer erfolgreichen Projektserie war aber der heutige Tag. Wir haben nämlich heute den Umbau der Sterilisation und Instrumentenaufbereitung und des CTs sozusagen offiziell eröffnet.